ja ich weiß nicht was markiert wurde war ja das gehört ja noch mit der mission die wir da gemacht haben ich habe nur okay sollte man hier unten ist ein könig was war denn das was ich wie ist das wie ist das denn keine ahnung was du darum gespielt hast ich habe nichts gemacht wie sie es ja also sieben kilometer weg mehr nicht was der boss mission 13 kilometer weg ich habe hier la plaga und ramon felice unten also ich habe nichts weiter gerade was da ist das hier leutnant bento an schmerz das gehört auch irgendwie dazu oder anschmerzen das war es ja dann habe ich den weg gefunden dann ist das jetzt markiert da könnte das mal abdehnen gerade der spezalkonsport übrigens was er jetzt schießt bin ich ich nur so dabei das ist ja auch nicht so Untertitelung des ZDF, 2020 So, da oben ist auf dem Berg, ist das, ja. So, wo wir da landen können. Der steht da unten, ne? Kann das sein? Den sollen wir umbringen. Ja. Versuch mal, warum nicht einfach aus Meli drauf, ja. Kann ich aber nicht. So, die wärst du mit so? Kriegen wir den von hier? Ich weiß ja nicht, wer da sitzt. Ich nicht. Ist er schon tot? Nein. Aber du musst jetzt runter. Ja, ich seh schon. Ah, blöd hier. So, direkt raus. Ab, raus. Direkt rein, komm. Boah. Das ist gedanklose Selbstmord, ey. Egal, wo du hingehst, da steht schon ein Gegner. Ich bin ausgestiegen und war tot. Das kam aber auch erst später, ne? Oder war das für euch alles schon? Nö. Erst als du dich getötet hast. Ach, Mann. Toll. Ach, Mann. Ich dachte, der muss noch planen. Vor allem ist das eine Unidad-Basis, ne? Das ist auch Bescheid. Das hat man vorher nicht gesehen. Ich dachte, wir müssen wir töten und können ihn weg. Nö. Darum war es jetzt einfach. Ja, wir haben doch gerade bei der Mission davor so Munitionen von diesem einen Typen da selbst gemacht, äh, mitgenommen. Die sollen wir dann dort platzieren, damit zu Hause jetzt hätte der den umgebracht. Achso, da hatte ich eine Mütter gekriegt, sorry. Ich wollte auch mal was verhauen, doch. Hab ich's gemacht. Okay. Wo stehen wir denn jetzt hier? 1,8 Kilometer weg. Ich werd' fahren. Ja, dann auf. da merken wir sie müssen als bis taktischer reingehen das hat ja bei uns schon immer gut sind natürlich immer mein gott ist das die scheißstrecke da hoch ja ich hätte nochmal ein heli nehmen können was für eine landschaft ne no so 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 jetzt die kamen hier gerade über den zaun gesprungen zu dritt und ich schieße und schieße und die sterben nicht genau die ja vergiss es ich komme nicht durch den zaun durch den schuss wir kriegen besuch wir sind hier hinten rüber gesprungen hier ja so das war ich auto weg hier kommen sie mich erwischt alter so 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 wie viel stecken die denn bitteschön ein so kann sein jetzt ist er weg nach kommt der nächste nachschub nach oh cool Leute wir sollten hier weg der nachschub kommen sollten wir weg dann auch schon sehr gut das punkt auch mal mitnehmen naja kommen wir mal wieder weil wir komplett im radar von denen jetzt sind ja aber der heli der hier steht da ist auch nicht mehr benutzt war das ist das problem also wir kommen hier ohne fahrzeug auch nicht weg wir sollten jetzt langsam glücklich zu sind ja ja aber wie ja wir müssen hier raus das ist jetzt gerade einer selbstmord hier hoch kannst du rüber und dann weg in wald rein so dass sie uns nicht mehr kriegen wir müssen bis zum auto also ich flüchte gerade hier berg runter ja ich bin hier hinterher weil wir haben drei balken leute ich verstehe ich jetzt runter jetzt okay abflug ja das war ja der geht jetzt eigentlich auch markus kann hinterher freund schnauze voll jetzt hier sehr schön wobei der erste die war knapp der ging nämlich mir irgendwann ziemlich nahe bei mir runter so die frage ist wir haben da wieder eine ja das ist das finale von dem die unidad basis ok das kriegt auch ein plan ich habe noch viel granatwerfer munition ging da ich habe noch mal gucken ob ich die erweitern kann genug punkte die müssen wieder um recht sein ok wir lassen die rebellen wissen wo man den nachschub findet sie können uns später so auto hätte ich so ja wie gesagt die mission ist das die haben wir da gucken wie wir jetzt hier zurückkommen auch da ok ob wir das schaffen jetzt hier liebe passagiere haben sie noch ein wenig geduld und 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 Vielen Dank.